Hallo Tobi. Zitter nicht! Streichhölzer überall. Brauche ich bestimmt alle noch. Muss ich die Kerzen eigentlich anmachen oder ist das optional? Bringt mir das was, wenn die an sind? Ja bitte, sie haben noch... Danke für die Rosen. Ja, ich laufe ja da schon hin. Ist ja gut. Höre dich. Ich weiß nicht wie ich da... Dann gehen wir da mal rein. Juhu! Wir werden sehen, ob das eine gute Idee ist. Nimm das! Nimm das! Nimm das doch! Jetzt geöffnet. Eine Bratpfanne. Die Ratte hat den Stuhl verschoben. Klar! Nimm die Axt, Bruder! Da habe ich keinen Bock. Nimm den Stuhl. Hässliches Bild. Ahhhh! Quicktime! Ihr habt es klug, ist da jetzt wieder zurück zu gehen. Ich muss da rein. Whatever passiert... Ich hoffe, es ist nicht mein Vater... Ach... Ach... Ich wäre es nicht... Deleusend... Ach... Ach... Scheiße! Ach... 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 Und das hat erst angefangen. Ich kann nicht mehr trinken. Alles geht zu Ende. Ich putze ein Löffelchen Essen. Entschuldigung. Hä? Was? Einfach mein Handy weggeschmissen. Was soll ich jetzt mit der scheiß Zange, Mann? Ich hab völlig vergessen, was hier abgeht. Was ist das? Das macht auch das, wenn das hier schon so steht. Jetzt geht den Weh zurück, okay. Kommt das Viech nochmal? Boah, das hat mich gerade echt fertig gemacht. Das scheiß Viech. Heilige Scheiße. Ja, klar. Kann der nur so lecker... Lässig bleiben. Danke fürs Folgen. Hä? Mach doch! Oh Gott, wenn ich das unter Zeitdruck machen muss irgendwann, dann wird es aber echt happig. Es geht es upstairs. Was soll er von mir? Einfach einen mysteriösen Schlüssel. Ja, Twitch ist verzögert, ich weiß auch nicht warum. Ah, Kapitel 3. Wie viele Kapitel haben das? 738,4. Ah, danke fürs TikTok. Die ist ja hier hingekommen. Man weiß es nicht, aber... Hoffentlich ist es jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Bin der Emma im ersten Stock, die safe irgendwo hier duschen oder so. Hier, wo der mysteriöse Guy. Boah, das kann ich der Emma auf dem... Oh, nimm das! Das kann ich der Emma auf den Kopf schmeißen. Ey, hier ist doch alles zu. Ich hab null... Ja, ich glaub, man konnte bisher auch noch nicht sterben, Carina. Weil, äh... Ich kann dafür mit nem Wecker werfen. Juhi! Alter, mein liebster Sohn, dieses... Ah, das ist mir zu viel zum Lesen. Geh weg! Nein, nein, nein. Der Keller macht mir Angst. Ah, sauf ich lieber Lack! Honey, you won't believe what I find. Ah, hi, Honey. Hey, Emma? Can you hear me? Emma! Emma, hey! Danke fürs... Emma! Ey! Emma! Hör mal her! I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this... The power is out, by the way. Diary? What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it's dark. Nein, ich tue wieder aus. I don't have to tell you that, do I? Ich hätte es ja jetzt verständlich gefunden, wenn sie sauer gewesen wäre, weil ich Sachen nach ihr schmeiße. Aber was kann denn ich dafür, dass der Strom ausfällt, Mann? Ich hab hier grad... War da normale Dinge erlebt, blöde Kuh, alter Frauen. Was ist ihr Problem? Sie klingt, als ob ich einen Piss auf einem anderen Blumenbeet gebieselt habe. Genau! Ich hab hier ins Blumenbeet gebieselt. Ja, na klar! Also ich hab sowas ja in meinem Auto, ne Taschenlampe. Falls mich mal jemand nachts vergewaltigen will, kann ich ihm wenigstens dabei ins Gesicht leuchten, um zu sehen, wie ihn das anmacht. So, wo ist hier... Flashlight! Bestimmt wieder da oben. Doch keine Taschenlampe. Das Spiel heißt The Beast Inside. Schau mal an. Laschenlampe an. Ah. Das Animieren ist schön. Gott sei Dank. Was ist denn, Finn? Was eskalierst? Finn, hör mal auf, immer so zu eskalieren, nur weil ich mal fünf Minuten nicht reagiere. Dach, Strom. Dach, Strom. Schlüssel. Das ist wieder ein Scheiß... Ah, jetzt mal wieder ne. Ich weiß nicht, aus Versehen kann die ja schlecht. Das heißt vergessen, aber in Twitch-Chat ist halt auch nix los. Wirf Ella ab. Mach ich jeden Abend. Oh, jetzt mal wieder ein Schuppen. Oh, jetzt mal wieder ein Schuppen. Boah, geil. So was hätte ich auch gern, aber da muss ich erst reich werden. Und wie werde ich reich? Hallo? Muss ich jetzt hier... Hä? Was, nicht durch TikTok? Durch TikTok kann ich... werde ich sowieso nicht reich. Dafür reicht's nicht. Aber ich werde auch nicht durch Twitch reich. Ich will gar nicht reich sein, so richtig. Würde mir schon reichen, wenn ich normal gut davon leben kann. Hä? Das Ding hat keinen Eingang. Wer baut denn so einen Schuppen? Doch, da ist ein Eingang. Der Tobias von Twitch. Ist der nicht auf Twitch? Hoppala. Das Ding hat mir gelb. Nimm das! Quantenlokalisierer. So was hat der, ein Quantenlokalisierer, hat der im Schuppen liegen. Hä? Jesus! Emma, du schaffst mich aus. Okay, du kannst die Tür öffnen. Emma? Hey, sieht man doch, dass die das nicht waren. Entschuldigung. Falsche Taste gedrückt. Mit Eiern bewerfen. Nein, 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 das macht man nicht. Gibt's so was wirklich? Ich glaub das ist schon mal, wir werden irgendwann aufzuspüren. Dieses Symbol zeigt an, dass sich in der Nähe einer Quantenwolke... Wenn ich mich richtig erinnern kann, dieses Prototyp-Divis kann man verwendet, um die Präsenten von einer Person in der Vergangenheit zu erkennen. All ich brauche ist, dass ich in einem starken Feld von Quantenlokalien, und mit etwas Lachen in Science, ich kann eine Silhouette von einer Person, die hier in eine andere Zeit sehen. ... 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 Will sowas auch haben? Nein? Oh, da sitzt einer. Wer bist denn, du? Ja? 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 Was ist denn der von mir? Das ist ein bisschen wie ein Kinderspiel gerade. Wo hat er denn da was? Wieso ist das jetzt gerade so behindert? Ich will aber so ein Gerät auch haben. Wirklich? Das ist ein bisschen der scheiß Pavillon. Da hinten. Ich werde versuchen, mehr Tracers zu finden. Oh. Oh, lustig. Bei Twitch ist die Qualität besser. Ist das wirklich so? Oh, nein, halt. Hä? Ja, ich muss etwas über die Gute durch die Gute gehen. Die Plank sind weg. Ich werde versuchen, sie zu verbrechen. Ah! Aufstehen. Was ist das für ein Grundstück? Sehr riesig. Nö, die hat die nicht zurückgelassen. Er braucht ja die Sicherung. Mal kurz im Ernst, es geht mir vermächtig auf den Sack, dieser Scheiß mit dem Rumgerenne hier. Ein überflüssiger Scheiß. Hä? Da ist ein Seil. Äh. Da ist ein Seil. Das musst du nicht mir sagen, das musst du den Zuschauern sagen. Nämlich nur 35. Für so wenig Zuschauer bin ich normalerweise gar nicht live um die Uhrzeit. Scheiße, ich hab vergessen auf Aufnehmen zu drücken. Ah, fuck it. Egal, Mailand von Twitch aus. Stimmt. Das ist so ein bisschen wie wenn du so einen billigen Attack. Das ist so ein bisschen wie wenn du so einen billigen Attack. Drei. Das ist so ein bisschen wie wenn du so einen billigen Attack. Das ist so ein bisschen wie wenn du so einen billigen Attack. Piu. 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 Das ist doch da schwebt doch so scheiße Dreck rum. Ist das nicht die Wolke? Piu. 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 Boom! Da sind Meerwolken, ja, das sagst du so. Ich sehe da gar nichts. Also, da ist was. Den Scheiß hätten sie sich übelst sparen können. Das ist vollkommen überflüssig. Für sowas habe ich Geld ausgegeben. Da! Und jetzt? Klar. Aber ich habe ihn nur die größere네 Maueste ... Die Reihe! Die Reihe! Was ist das? Und um das Messer zu finden, habe ich jetzt diesen ganzen Wachsinn. Alles klar. Dafür, der hätte auch einfach in dieses scheiß Heu reinschauen können. Ich will da eigentlich gar nicht rein. Da drin ist unheimlich. Hoppala. Kommt noch mal an, sagst du. Hey. Das mit den Wolken habe ich auch nicht verstanden. Das ist einfach nur so ein Kindergarten-Mini-Spiel. Das ist die 25 Euro wert sein soll. Ende.